Die Technologiewerte schwächeln und ziehen den Nasdaq-Index nach unten, denn der Nasdaq macht diese Woche als einziger US-Index eine rote Wochenkerze. Was das Ganze bedeutet für die nächste Handelswoche und wie du diese Sachen traden kannst mit den relevanten Levels für die kommende Woche, das erfährst du in dem heutigen Video. Hier siehst du meinen TradingView-Chart und hier sehen wir den Nasdaq, wie er eine rote Wochenkerze gemacht hat, ganz anders als der S&P 500, eine grüne Wochenkerze und der Dow Jones, der Dow Jones auch wirklich eine grüne Wochenkerze auf neuen Eisert-Hochs, genauso wie der Russell 2000. Was das Ganze bedeutet, das werden wir uns hier anschauen. Wir werden uns das Volumenprofil anschauen und werden die relevanten Levels für das Swing-Trading und das Day-Trading ableiten. Die Technologiewerte im Nasdaq-Index sind so etwas wie ein Vorlaufindikator in den meisten Fällen. Und wenn wir hier im Nasdaq-Index, so wie in der letzten Woche, nun eine Schwäche sehen, dann kann das sein, dass sich diese Schwäche der Technologiewerte auf die anderen Indizes überträgt. Das heißt jetzt nicht, dass die Welt zusammenbricht, aber dass wir eventuell hier in den nächsten Wochen eine Korrektur sehen werden. Und das schauen wir uns jetzt erstmal nochmal hier auf dem Tagesschart an. Im Tagesschart sehen wir ebenfalls den Nasdaq-Index. Und der Nasdaq-Index hat es am Freitag nicht geschafft, einen neuen Jahreshoch zu machen, ganz anders als der S&P 500. Der S&P 500 hat hier diese Außenkerze von Donnerstag komplett nochmal überschritten und konnte am Freitag, also am Wochenschluss, neue Jahreshochs machen. Das heißt, die großen Marktteilnehmer, die werden wir uns jetzt gleich im Volumenprofil auch noch weiter anschauen und dort dann auch die relevanten Levels ableiten, die haben hier am Freitag nur eine Reparaturkerze letzten Endes hergestellt. Das heißt, sie haben die Außenbar, die Verkäufe von Donnerstag letzten Endes in dieser kleinen Korrekturkerze etwas repariert. Und wir werden sehen, wie es jetzt die nächste Woche weitergeht. Schauen wir uns das Ganze hier auf dem Volumenchart an. Hier siehst du den Nasdaq-Index im Stundenchart. Jede Kerze ist hier eine Stunde und jeweils mit dem Volumenprofil des jeweiligen Tages an der rechten Seite. Und hier sehen wir auch schon, was die letzte Woche passiert ist. Jeden Tag gab es eine weitere Verschiebung des POCs, der Value Area, immer weiter nach oben, immer weiter nach oben. Auf dem Cumulative Delta gab es immer Käufe, aber am Ende des Tages immer Verkäufe, die absorbiert wurden. Das heißt, hier war es schon ersichtlich, dass irgendwann ein großer Sell-Off kam. Und dieser kam dann am Donnerstag mit der Veröffentlichung der CPI-Daten, der Inflationsdaten und der Arbeitsmarktdaten. Die Inflation ist deutlich geringer ausgefallen als erwartet. Das ist erstmal ein bullisches Zeichen. Aber der Arbeitsmarkt, der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr stark. Es gab deutlich weniger Arbeitslose. Was man meinen mag, ist auch ein starkes Zeichen. Aber das heißt natürlich, dass eventuell die Zinssenkung, die erste Zinssenkung in den USA noch auf sich warten lässt. Und das haben die Marktteilnehmer hier zum Anlass genommen, erstmal neue Allzeitshofs zu machen, so wie das immer ist bei News. Es wird Volatilität gebildet in die eine oder andere Richtung. Und dann letzten Endes haben sie das hier zum Anlass genommen, deutliche Verkäufe hier durchzuführen und durch alle Value Areas, durch alle Unterstützungen der letzten Tage hier durchzuverkaufen. Das war der Ausverkauf am Donnerstag. Und dieser Ausverkauf am Donnerstag, der hier so ein stückiges Volumenprofil hinterlassen hat, der wurde am Freitag repariert. Das heißt, hier am Freitag gab es wieder Käufer in die Value Area der vorigen Tage. Und das Ganze hat dann hier auf der rechten Seite ein schönes Volumenprofil ausgebildet, eine schöne Value Area. Und der Nasdaq Index schloss an der Unterkante dieser Value Area am Freitagabend bei 20.540 Punkten in etwa. Was das Ganze jetzt für Montag bedeutet, das werden wir uns jetzt anschauen. Und zwar kann man hier letzten Endes die relevanten Levels ausmachen. Das relevante Level auf der Unterseite ist erstmal die 20.490 ungefähr. Sollten wir die 20.490 unterschreiten am Montag mit deutlich Abwärtsvolumen. Und dann natürlich auch noch die Tagestiefs von Freitag, die 20.335. Dann werden wir hier am Montag einen weiteren Abverkauf sehen nach unten. Und zwar sind hier weitere Levels auf der Unterseite auszumachen. Wir haben hier der Point of Control von damals bei 20.260, aber dann vor allen Dingen hier die Value Areas bei 20.100 und 20.000. Das könnten Korrekturlevels sein für die nächste Handelswoche, nicht direkt am Montag. Aber sollten sich hier die Short Trader durchsetzen, dann ist das hier ein Zeichen, dass wir hier eine Korrektur bilden auf die 20.100 oder die 20.000 in der kommenden Handelswoche. Sollten wir am Montag wieder erwartend doch hier Käufer sehen, die hier weiter nach oben traden. Und vor allen Dingen oberhalb der Value Area von Freitag handeln. Das heißt, sollten wir nochmal neue Tageshochs sehen, also das Level hier von 20.740 in etwa überschreiten. 20.720, also sollten wir nochmal deutlich hier oben rüber traden mit Volumen. Dann ist hier nochmal der Weg frei für den Nasdaq auf neue Jahreshochs und er wird dem S&P 500 und dem Dow Jones hier noch einmal folgen. Das heißt, für die kommende Handelswoche kann man diese zwei Marken ausmachen. Sollten wir letzten Endes hier unter die 20.490 traden mit deutlich Abwärtsvolumen, mit deutlichen Verkäufern, dann wird sich hier in der kommenden Woche die Korrektur fortsetzen bis eventuell auf die 20.000 runde Marke. Sollten wir nächste Woche mit deutlichen Käufern hier die Woche beginnen, dann geht der Aufwärtstrend hier einfach weiter im Nasdaq und der Nasdaq wird den anderen Indizes wie dem Dow Jones und dem S&P 500 folgen. Meine Prognose ist, dass wir in der nächsten Woche erstmal eine weitere Korrekturwoche sehen werden. Das heißt, die Short-Trader, die sich hier am Freitag positioniert haben, die haben sich eigentlich auch am Freitagabend wieder gezeigt und haben hier den Nasdaq-Index deutlich schwächer aussehen lassen als alle anderen Indizes und ich denke, dass wir in der kommenden Handelswoche eine kleine Korrektur sehen werden auf das Level von 20.000 und dann sind das natürlich Kaufgelegenheiten, denn der übergeordnete Aufwärtstrend, der ist weiterhin hier intakt. Das sehen wir auf dem Tageschart, das sehen wir auf dem Wochenchart und dieser wird sich in den nächsten Wochen dann weiter durchsetzen. Wenn du diese Analyse magst, dann lass dem Video doch gerne ein Like da, schreib deinen Kommentar und wenn du lernen möchtest, wie du solche Analysen erstellst und vor allen Dingen diese dann auch tradest im Swing-Trading, im Day-Trading, dann schau dir gerne meine Webseite an, kontaktiere mich, buche ein kostenloses Gespräch mit mir und ich werde dich beraten, wie du zu einem konstant profitablen Trader werden kannst. In diesem Sinne, ich wünsche dir ein angenehmes Wochenende, bleib unbedingt dran, achte auf dein Risiko Money Management und wir sehen uns im nächsten Video.